Für günstige und sichere Madden-Coins, checkt mal A-O-E-A-H.com aus. Ich hab's selber ausprobiert und es funktioniert. Ich hier beim Madden ausraste? Nee, eigentlich nicht. Ich freue mich komplett verarschen, Digga. Ich bin raus, Alter. Achtung, dieses Video ist nicht bedeutet geeignet, die ein Problem mit emotionalen Reaktionen auf Madden NFL 21 Games haben. Was geht ab, liebe Leute, und herzlich willkommen ins neue Video auf Easy Money. Natürlich als allererstes, wie immer, mit diesen ganzen Coin-Companies und so weiter, wo man Madden-Coins, FIFA-Coins und so weiter kaufen kann, gibt's natürlich immer Risiken, seit ich dem bewusst, der so überlegt vorher wirklich genau, wollt ihr da was kaufen oder nicht. Wir befinden uns heute mal wieder in der Chargers-Franchise und wie ihr wisst, ist das Ganze ungeschnitten. Deswegen, ich hoffe, ihr, keine Ahnung, guckt es entweder einfach wirklich full Fokus die ganze Zeit oder macht dabei Training oder esst irgendwie Abendbrot, Frühstück, Mittag, keine Ahnung. Macht sonst was, chillt einfach, lasst das Video durchlaufen, genießt die entspannten Vibes, Alter. Chillt ein bisschen mit mir und zockt die Chargers-Franchise mit mir. So läuft das Ganze hier in meiner Chargers-Franchise. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst natürlich ein Like da schon mal gerne und abonniert, falls ihr neu seid und nichts mehr verpassen wollt. So, hier rumgelabert. Wie gesagt, wir sind in der Chargers-Franchise. Wir haben erstmal einen Spieler ready to negotiate. Müssen wir mal gucken. Michael Badgley, ein Kicker, 72er. Wir brauchen auf jeden Fall einen Kicker. Ist halt nur ein 72er oder so. Ist ein bisschen mau, um ehrlich zu sein. Und ich glaube, Kicker werden sich auch nicht wirklich entwickeln. Sag mir da mal bitte in den Kommentaren, soll ich den verlängern oder nicht? Also, weil damit kenne ich mich wirklich gar nicht aus. Ob man Kicker so im Allgemeinen, die dann so schlecht sind, ob man die behält oder probiert man da irgendwie einen neuen zu bekommen. Also, ich weiß es nicht, weil ich glaube, es ist auch nicht so mega einfach, irgendeinen guten anderen Kicker zu finden. Deswegen, lass es mich wissen. Der ist auf jeden Fall noch jung. Ja, schreibt mir in die Kommentare. So, Scout College Players müssen wir mal gucken. Ich habe schon wieder vergessen, wen wir überhaupt oder was wir überhaupt brauchen. Dadurch, dass ich halt in den anderen Franchises dann auch drin bin. Das verwirrt meinen Kopf immer so ein bisschen, wenn ich ganz ehrlich bin. Aber wir gucken erstmal so. Left Tackle hatten wir alles gescoutet. Left Guard hatten wir auch eigentlich so gut wie alles hier gescoutet, was relevant ist. Center, da könnten wir den natürlich noch scouten, aber ich glaube, das ist eigentlich ein bisschen unnötig. Right Guard, da können wir auf jeden Fall Smallwood mal noch scouten. Okay, Undrafted, richtig geile Nummer, alter. Erstmal Scouting Points komplett verschwendet. Adam Thompson, den könnte man auch mal scouten. Auch Undrafted, nice, nice, nice. Left End, genau, da hatten wir ja Melvin Ingram. Oder, nee, auf jeden Fall nicht Mark Ingram, weil das ist ja ein Running Back, ne? Ich glaube, Melvin Ingram. Aber ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Ich wurde darauf letztes Mal hingewiesen, äh, darauf aufmerksam gemacht, äh, unter dem letzten Video, wie der hieß. Und ich habe den die ganze Zeit falsch ausgesprochen anscheinend, beziehungsweise verwechselt den Namen. Aber ja, er wird sehr alt, deswegen war ich am überlegen, vielleicht einen Left End zu holen. Da will ich aber lieber nicht mal weiter scouten jetzt. Da haben wir eigentlich auch genug gescoutet, würde ich mal sagen. Vielleicht irgendwie später im Jahr werden wir da noch ein bisschen mehr scouten, aber jetzt erstmal nicht. Defensive Tackle haben wir sehr viel gescoutet. Das wäre auch wichtig, definitiv dann einen guten zu bekommen. Und da würde ich probieren, für Calvin Bennett oder für Raymond Billingsley zu aimen. Vielleicht sogar eher für ihn, weil er ein Scheme-Fit ist. Weil der halt als Drittrunde projected wird, aber ein First-Round-Talent ist. Das heißt, wir können eigentlich schon safe bis zur dritten, vielleicht lieber bis zur zweiten Runde warten, bis wir uns den holen, weil Madden das nicht checken wird, so dass das ein First-Round-Talent ist. Madden sagt ja, dritte Runde. So läuft es zumindest, glaube ich. So, Linebacker brauchen wir eigentlich gar nicht. Haben wir dementsprechend noch nichts gescoutet. Cornerbacks haben wir noch gar nichts gemacht. Wen haben wir denn da? Wir haben Hayward, wir haben... Boah, Alter. Ich weiß nicht mal mehr, wen wir auf Cornerback alles haben. Erstmal haben wir da Desmond King oder verwechsel ich gerade alles? Lasst mich mal kurz reingucken, Leute. Cornerbacks. Ja, Desmond King ist Nummer 1 Cornerback. 93. Ah, genau. Das war die Franchise mit dem Rookie Elijah Griffin. Okay. Juli. Ein weiterer Cornerback kann aber definitiv nicht schaden. Vor allem, weil Hayward auch schon ziemlich alt ist. Lass uns mal ein paar Cornerbacks draften. Das ist definitiv wichtig. Ich denke nicht, dass wir uns in der ersten Runde einen Cornerback holen werden, weil dafür haben wir, glaube ich, andere größere Needs. Aber deswegen bin ich gerade am überlegen, ob wir vielleicht lieber so die dritte Runde und sowas bei den Cornerbacks draften, um zu sehen, ob da vielleicht so ein richtig schöner Stil bei ist, wo man irgendwie denkt, oha, der... Also, wo Madden denkt, oha, der kommt erst in der dritten, aber ist dann irgendwie first-run-Talent. Wir probieren es mal mit Daniel Gibson. Warum nicht? Obwohl, nee, ihn hier. Parker Booker. Geiler Name. Und 6,2 groß. Das ist ordentlich groß, Alter. Das ist, glaube ich, knapp 1,90. Das wäre natürlich ein nicer. Nein, leider nicht. Fünft-Runden-Talent. Wir probieren mal Daniel Gibson. Oh, Zweitrundentalent. Okay, genau sowas meine ich, Leute. Das ist richtig nice. Das ist richtig nice. Brandon Kirkland. Fünft-Runde. Ich weiß nicht, ob es da dann schon zu risky wird, die Leute zu scouten. Wir machen es einfach mal. Wir probieren es mal. Boah, sieb-Runde. Undrafted. Damn, Alter. Wir haben keine Scouting-Points mehr übrig. Schade. Okay. Dann haben wir aber auf jeden Fall schon mal Daniel Gibson theoretisch als richtig geilen Stil, den wir in der vierten Runde holen können. Das wäre natürlich nice, falls er dann noch da ist. Wir werden auf jeden Fall definitiv ein bisschen mehr scouten müssen. Und es gibt doch eigentlich so eine Funktion, dass man den Coach upgraden kann, oder? Okay, das hier juckt mich nicht, dass da irgendjemand vom Practice Squad gesigned wurde. Es gibt doch diese Funktion, Coach Goals, Spam Coach XP. Da müsste es auch die Funktion geben, ja, guck mal, Expert Scouting, purchase this package to get more Scouting-Points every week. Das wäre doch mal geil. Und wir haben 8200 XP, da können wir easy holen. Okay, nice. Haben wir gemacht. Jetzt haben wir auf jeden Fall, also... Achso, wir müssen auf Submit drücken. Okay, ich dachte schon, einfach so fertig, ohne irgendwie eine Animation oder so. Was können wir denn, oder was wollen wir denn noch machen? Player Retention, Resign Influence, Retirement Influence, nee, das juckt mich alles nicht. Increase the Player Progression wäre natürlich geil. Increase Player Weekly Goal, increase the amount of XP your players earn from weekly goals. Na, vielleicht nehme ich lieber einen Trainingsboost. Das wäre, glaube ich, geil. Increases the amount of XP players earn in training. Wen mache ich denn momentan ins Training? Ich mache Elijah Griffin ins Training. Also Cornerback, oh, DB haben wir schon, Max. Das ist natürlich crazy. Wen haben wir noch? Linebacker, oder? Oder... Ich gucke lieber nach, Leute. Achso, warte. Wir müssen erstmal den einen Boost hier Submitten. Okay, haben wir. Ich gucke lieber nach, nicht, dass wir irgendwas Dummes einstellen. Dann machen wir nämlich auch direkt mal Training und gucken, wer da eingestellt ist. Dylan Moses, Justin Herbert. Okay. Gut, also Linebacker und Quarterback. Können wir ja mal gucken, ob wir genug Geld haben, um das beides abzugraden. Alter, Dylan Moses wird so ein Tier. Wirklich, Alter. Der ist in seinem Rookie-Jahr, ist jetzt schon irgendwie knapp 80. Hat Hidden Development. 92 Speed oder so. Oder 90 Speed. Ich bin mir gar nicht ganz sicher. Aber auf jeden Fall ganz, ganz krank. Alter, Junge, tut mir leid. Okay, so. Jetzt gehen wir nochmal kurz rein. Oh Mann, war das dumm. Hätte ich das voll upgradet, hätten die ja schon mehr bekommen. Alter, es ist zu früh, Leute. Sage ich euch ganz ehrlich. Ich habe mich hier relativ früh morgens hingesetzt. Mein Kopf funktioniert noch nicht so ganz. Junge, ich hätte einfach das jetzt schon bekommen können. Alter. Okay, hier Linebacker-Training-Boost und QB-Training-Boost. Let's go, Junge. Lego. Okay, das submitten wir. Haben wir submitted? Ja, haben wir submitted. Okay, nice. Also, nächste Woche das Training werden sowohl Dylan Moses als auch Justin Herbert ein bisschen mehr XP bekommen. Wir haben jetzt noch ein paar Players, die wir upgraden können. Oh, nice. Pat Fryermood und Hunter Henry. Beide Titan-Selter. Geil. Das ist natürlich nice. Fryermood hat bisher noch fast gar nichts gewissen. Der kommt irgendwie kaum zum Einsatz. Ist eigentlich ein bisschen schade, weil der ein krankes Talent ist. Ich bin mir um ehrlich zu sein noch nicht ganz sicher, warum wir den geholt haben, wenn wir Hunter Henry haben. aber das sind auf jeden Fall crazy Upgrades hier. Nice. So, Hunter Henry. Mal sehen, Possession. Alter, mit Moral ein 90er, Digga. Das ist so einfach nur geisteskrankt. Rake Tackle. Das ist geil. Run Block Power, Short Route, Stiff Arm, Pass Block Catching. Okay. Nice. Beide Titans einfach mal geupgradet. Gefällt mir, Digga. Gefällt mir definitiv. Okay. Vergesst nicht in die Comments zu schreiben, sollen wir den Kicker verlängern oder sollen wir uns irgendwie einen anderen suchen? Und dann würde ich mal sagen, Alter, Chiefs sind 9-1, Broncos 6-4. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, Leute. Wir spielen gegen die Raiders, erste Rival immer wieder. Wir müssen dieses Spiel gewinnen. Wir werden natürlich wie immer Play the Moments machen. Wir müssen dieses Spiel gewinnen, Alter. Und wir müssen hoffen, dass Broncos verlieren. Dann sind wir wieder gleich auf mit den Broncos. Ansonsten werden die uns langsam wegziehen. So, wisst ihr? Also, da hätte ich eigentlich keine Lust drauf. Also, mindestens Zweiter in der Division würde ich schon gern werden. Deswegen hoffen wir mal, dass das heute was wird. Leute, wir befinden uns im Game und müssen direkt mal hier Third Download machen. Mal gucken, was geht. Alter, Raiders führen jetzt schon 7-0. Dritter und 10. Wir haben den Ball. Okay. Also, Raiders haben schnell gescored. Wir müssen jetzt mal gucken. Dritter und 10, Alter. Das ist natürlich schon wieder ein bisschen schwierig. Ich probiere es mal mit dem Play hier. Mal sehen, ob was gehen wird. Wir haben John Ross natürlich geedited in der Offense, Leute. Nicht vergessen. Das ist natürlich sehr nice. Da probieren wir ihn anzuspielen. Das reicht nicht ganz, aber ich würde dafür gehen. Mal gucken, ob ich No Huddle machen kann. Nein, kann ich nicht. Damn, Alter. Play the Moments hat mich rausgenommen. Ja, okay. Fourth Down Alert. Die haben mich wieder reingenommen. Das finde ich bei Play the Moments übertrieben unnötig. Wenn die einen so rausnehmen und dann ein Play danach direkt wieder rein. Überunnötig, überschwachsinnig, aber okay. Bryant, unser Rookie Fullback, holt das First Down. Ich glaube zumindest, dass der Rookie ist. Red Zone Alert. Wir probieren es mit Inside Zone erst mal. Gucken, ob Equal hier ein paar Yards machen kann. Wir sind an der 13. First and 10. Ah, da wollte ich einen Juke Move machen. Hat nicht so gut geklappt. Das waren 0 Yards. Dang, Alter. Ich dachte, das waren wenigstens 1, 2 Yards, aber okay. Anscheinend nicht. Übrigens, Leute. Ich hätte eigentlich auch Bock auf eine Spielerkarriere. Sagt mir mal in den Kommentaren. Hättet ihr Bock auf eine Spielerkarriere? Also keine Coaches, wo man ein ganzes Team steuert, sondern eine einzelne Spielerkarriere oder eher nicht? So, mal gucken, was hier jetzt gehen wird. Ich sehe nichts. Okay, den haben wir gerade noch so weggeworfen. Ich habe wirklich gar nichts gesehen. Dritter und 10, Alter. Jetzt wird es langsam kritisch. Ich hoffe, wir können da Allen anspielen. Ah, mal gucken. Wo wirft denn Herbert hin schon wieder? Ey, das gibt es nicht, Mann. Herbert ist so ein Lappen, Junge. Allen war doch schön frei in dem Window zwischen diesem hinteren Safety und dem Linebacker. Warum wirft er denn nicht rein ins Window? Stattdessen wirft er sonst wohin in den Lauf, Digga. Maximal los. Ich habe gehofft, dass Allen sich reinzittet in die Lücke da und da einfach stehen bleibt und wir den Pass da anbringen können. Kann man in Madden nicht machen. Deswegen eigentlich meine Schuld, aber wenn sich in Madden die Spieler wie echte Spieler verhalten würden, dann wäre es nicht so passiert, denke ich. Aber gut, egal. So, dritter und vier Raiders haben nichts gemacht. Was können wir jetzt machen? Mal gucken. Okay, Allen rennen. Ey, Junge, man kriegt hier niemanden ausgejupt, ne? Können wir bitte dafür gehen? No, harte. Nein, wir werden rausgenommen. Fourth down alert. 52 Yards Freegoal. Nein, danke. Wir gehen auf jeden Fall dafür, Leute. Tut mir leid, falls es jetzt ein bisschen risky ist, aber 52 Yards Freegoal werde ich sowieso nicht reinmachen. Wir haben hier jetzt einen Playaction am Start. Mal gucken, ob die drauf reinfallen. Fang den Ball. Yes, sir. Okay, eine Flagge auf dem Feld. Bitte nicht gegen uns. Das wäre jetzt natürlich überkritisch. Es ist ein Holding. Ich habe keinen Ton an, Leute, deswegen ich höre es nicht. Mann, Alter, das kann nicht sein. Sowas kann nicht sein. Und jetzt kriegen wir stattdessen vierten und zwölf und müssen punten und können nicht mal das Freegoal probieren, Alter. Bulaga war das. Eine ganz, ganz maue Nummer. Ich hoffe, der Punk geht an die Eins. Ja, der sieht gut aus. Der sieht gut aus. An der Fünf. Das nehme ich. Gut, Leute. Defense. Let's go. Wir brauchen Defense. Wir brauchen Defense. Come on, D. Raiders D. Jawohl. Haben gepuntet. Two-Minute-Trill. So, Leute. Jetzt ist unsere Chance hier, mal richtig was zu reißen. Versteht ihr, was ich meine, Alter? Ich würde sagen, wir fangen erst mal auf jeden Fall an mit einem ganz entspannten Lauf. Wir sind nämlich an der eigenen Fünf. Ich weiß, wir haben nicht viel Zeit. Okay, der ging nur fünf jetzt. Ne, wir nehmen einen Timeout. Ich wollte gerade noch Hardware machen, aber aus der Formation weiß ich nicht, ob wir geile, tiefe Pässe anbringen können. Deswegen lieber erst mal kleine Timeout. Gucken wir mal, was jetzt hier gehen wird. Wir nehmen mal den hier. Okay, John Ross. Wäre natürlich schön, wenn er da wegsprintet in der Crosser Route und einfach weg ist. Ja, das sieht gut aus. Oh, Herbert, der kriegt den Ball nicht raus. Das gibt's nicht. Wir hätten so ein dickes Gain gehabt. Nein, Alter. Dritter und Fünf stattdessen jetzt. Das wäre so ein fettes First Down gewesen, Junge. Mal gucken, was der Coach vorschlägt. Wir probieren es mit der Spot and Go. Aber das kann nicht sein, Bro. Er war so wide open. Wir hätten eine Millisekunde früher drücken müssen. Tut natürlich weh. Jetzt aber John Ross. Okay, das wäre ein zu krasser Catch gewesen. Ich habe drauf, John Ross könnte sich lösen in dem Cut, aber Eddie B hat da anscheinend einen überguten Job gemacht. Es tut natürlich weh, dass wir den Ball jetzt hier punten müssen und den Raiders nochmal die Chance geben zu zu scoren. Vor allem, die sind jetzt echt nah dran an der 48, Alter. Das ist echt nicht gut gelaufen. Defense hat Stand gehalten, oder? Let's go! Irgendein fettes Turnover. Wir sind in der gegnerischen Redzone. So schnell kann sich das Blatt nochmal wenden. Ist zwar ein Traff-Play hier ausgewählt worden, aber vielleicht können wir damit irgendwie trotzdem was anfangen. Ich sehe nichts. Und ich werfe den Pick aus Panik. Alter, da bin ich los. Alter, da bin ich los. Ich werfe aus Panik den Pick. Ich habe einfach irgendeinen Knopf gedrückt. Das war so maximal dumm schon wieder von mir. Ich hätte einfach nur wegwerfen drücken müssen. Oder, ja ne, sacken lassen nicht, weil wir haben keine Timeout. Einfach nur wegwerfen wollen. Dann hätten wir wenigstens einen Field Call nehmen können. Ich bin gerade echt lost. Ich glaube, es ist wirklich zu früh, Leute. Ich bin gerade richtig lost. Zum Glück hält unsere Chargers Defense die ganze Zeit stand. Die haben jetzt einen Dritten und Zehn. Kommt schon, die Defense, Alter. Stand halten. Wichtig, 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 wichtig. Sehr, sehr wichtig. Wir müssen hier Stand halten. Kein Touch, dann dürfen wir zulassen. Oi, sehr gut. Gute Defense. Hayward war das, glaube ich. Vierter und Zehn, die werden den Field Call nehmen. Dann führen sie 10-7, äh, 10-0. So. Kacke, Alter. Die haben schon wieder den Ball. Dritter und Fünf, Leute. Jetzt wird's gefährlich. Oh, das gibt's nicht, Alter. Nein, und ich tackle daneben. Oh mein Gott, Junge. Oh mein Gott. Alter, das gibt's nicht. Wie lost bin ich denn, Alter? Das ist, glaube ich, gerade mein schlechtestes Spiel diese Saison in der Chargers-Franchise. Okay, come on, no, Alter, wir müssen uns beeilen, Digga. Komm, 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 komm. Rennt, Leute. Rennt um euer Leben. 2, wir müssen hier scoren. Wir müssen hier scoren. Okay, wir sind immerhin für den First Down gekommen. Einmal noch schnell No Huddle. Probieren wir es damit. Und hoffentlich kriegen wir es hier. Jawohl, sehr schön. Touchdown ist da. 10 Punkte Rückstand, Leute. Noch ist dieses Spiel nicht verloren. Das ging jetzt sehr schnell. Das war nice. Okay, wir müssen die jetzt stoppen. Dritter und 10. Wir probieren es mit Cover 3 Match. Come on. Come on, D. Come on, D. Come on, D. Das gibt es nicht. Warum ist denn der so frei? Wir hatten doch die lilanen Zone, Digger. Mann, Alter, das gibt es nicht. Das gibt es wirklich gar nicht. Das gibt es wirklich überhaupt nicht. So, was geht jetzt hier noch? Okay, das ist gestoppt. Wir nehmen einen Timeout. Wenn wir die jetzt noch einmal stoppen, dann können sie nur ein Full-Call nehmen, aber selbst dann führen sie mit zwei Touchdowns, Alter. ich sehe hier die Chancen eher gering. sind wir nicht durchgekommen und der rennt noch für den Touchdown rein. Alter Schwede, Junge, das ist jetzt die dritte Niederlage in Folge. Reicht jetzt auch langsam ein, ne? was soll denn das, Gegen die 2 und 8 Raiders, letzte Woche gegen die 1 und 8 Giants, Digga. Wo zum Geier-Wiff-Herbert hin? Habt ihr das gesehen? Was war das denn? Ey, ich bin gerade wirklich sehr, sehr gereizt, mir einfach einen neuen QB zu holen, ne? Sag ich euch ehrlich, Alter. Come on. Boah, starkes Play vom DB. Ich dachte, da können wir die Lücke anspielen, aber das war ein sehr, sehr starkes Play vom DB. Das Spiel haben wir absolut verkackt, Alter. Absolut verkackt. Und das hätte nicht passieren dürfen, die scoren nochmal einen Touchdown oben rauf. Junge, Junge, Junge. 31 zu 7 werden wir hier weggeklatscht, Alter. Was ist das denn, Mann? Ja, okay, das sollte wenigstens mal Pass Interference sein. Oh, gegen die Raiders auch noch, gegen den Erz-Rivine. Das ist natürlich extra bitter. Meine Güte, Alter. Das ist wirklich bitter, ne? Das ist wirklich sehr, sehr bitter, Leute. Mal sehen, ob wir hier wenigstens noch auf Ehrenbasis irgendwie einen Touchdown oben rausscoren können, um wenigstens das Ergebnis nicht allzu schlecht aussehen zu lassen. Bei dieser Y-Corner hier war das aber bisher auch jedes Mal perfekt gecovert, ne? Ich wollte immer Henry anspielen, das ging einfach nie. Und auch jetzt, doch diesmal schon, guter Wurf. Das war ein sehr, sehr starker Wurf von Herbert. vielleicht John Ross mit diesem Double-Move da. Mal gucken. Ne, dann nehme ich lieber ihn hier. Guter Juke und guter Effeter fürs First-First-Down haben wir, glaube ich, fast bekommen. Was machen wir? Machen wir den hier. Kenn ich nicht. Probieren wir einfach mal. Probieren wir einfach mal aus. Verstehe ihr? Bleib doch inbounds! Mann, John Ross, Junge. Er kann auch gar nichts, außer einfach nur schnell sein. Okay, jetzt Dritt-Down-Inches zwei Minuten neun. Vielleicht können wir hier nochmal einen First-Down holen. WTF? Was ist das schon wieder für ein Wurf? Also ich weiß, Herbert war sehr under pressure so. Kam ein Cornerback-Blitz. Oder vielleicht war es Safety, ich weiß nicht. Aber come on, Digga. Yeah! Oh, ich hätte uns aus... Ach, egal. Two-Minute-Warnings sowieso. Okay. Eintaschen, wie gesagt, noch sehr schön, ne? Einfach so, wenigstens, damit wir vielleicht von der Chargers auf uns auch nochmal irgendwie was Gutes sehen. Bis er hat drei Interceptions geworfen, ist natürlich jetzt eher weniger gut. Oh! Nummer 22 rennt einfach mal durch bis zu 80. Ich weiß nicht, wer das ist, aber gut Job. Okay, ich kann nichts auswählen. Nice. So, mal sehen. Und, ist es Touchdown? Ne, wir sind an der 1. Wir gehen noch Huddle. Wir probieren jetzt rein zu rennen einfach mit Jackson, Justin Jackson oder so, kann das sein. Backup, äh, Running Back und der erläuft sich den Touchdown. Fairplayer Justin Jackson, Digga, bekommt irgendwie zwei Snaps und kriegt einen Touchdown. Also, kann man mal machen, Digga. Vielleicht, äh, sollten wir Eckler rausschmeißen. Spaß. Okay, so, Onset Kick probieren wir natürlich. Man muss ja immer alles geben, so, ist klar. 31 zu 13, Alter, die haben den Extrapunkt auch noch verkackt. Was können die eigentlich? Das war auf jeden Fall ein schwieriges Video, sage ich euch ehrlich. So, auf die Schnauze zu bekommen von seinem eigenen Erzrivalen, Alter, 31 zu 13. Bitter, sage ich dazu, bitter. Definitiv bitter. Justin Herbert hatte wirklich wieder ein paar Würfe extrem verzogen, ein paar waren aber auch mega blind von mir einfach geworfen, plötzlich sind mega dumm und überhastet. Vor allem das eine Mal in der Red Zone, Alter, da hätten wir uns echt besser konzentrieren sollen. Aber guck mal, auch Derek Carr, keine gute Statistik. Aber gut, das war es erstmal mit dem Spiel. Mal gucken, ob wir noch irgendwas im Menü machen müssen. Ey, nice, Alter, Dylan Moses bekommt ein Upgrade. Das ist geil. Jetzt ist er offiziell ein 80er-Junge. Runstopper oben rauf. Mega wild. Mega, mega wild. Agility, Strength, Tackle, Blockshedding plus 2. Geile Nummer, Alter. Left Guard, Forest, Lamp. Kommt Power oben rauf. Da sieht man natürlich immer gerne, wenn sich ein O-Liner entwickelt. Nice. Okay. Gibt es sonst noch irgendwas? Ich glaube nicht. Wir advanceen die Woche und gucken mal, wie die Standings jetzt sind. Ich bete, dass die Broncos verloren haben und die Chiefs natürlich auch, aber das ist sehr unwahrscheinlich. Ey, guck mal, wir haben ein bisschen mehr College-Punkte jetzt zur Verfügung. Ich glaube, normalerweise hätten wir nur 170 oder so. Kann man immerhin ein bisschen mehr scouten. Ey, Chiefs haben verloren. Okay. Lass die Broncos verloren haben. Yes, Jummi, let's go. Broncos haben verloren, das heißt, wir sind immer noch definitiv im Rennen. Wenn wir nächstes Spiel gewinnen, was wir allerdings gegen die Chiefs spielen müssen, also wird schwer, aber dann sind wir 6-6 und wenn die Broncos verlieren, sind sie auch 6-6. Es ist noch alles drin. Es ist noch nichts verloren in dieser Saison. Deswegen, lasst uns weiter hoffen, lasst uns weiter unser Bestes geben. Wenn euch diese Episode gefallen hat, lasst mir natürlich gerne ein Like da, abonniert, wenn ihr euch selber nichts mehr verpassen wollt und dann würde ich sagen, Leute, haut rein, bis zum nächsten Video, bis dahin, euer Eric. Bis zum nächsten Video, 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 Untertitelung des ZDF, 2020